Hallo und herzlich willkommen zu Realiband 955. Du musst sagen, Daro. Super Smash Brothers Wii U. Wii U, genau. Wir wollten eigentlich zusammen online spielen, aber das geht nicht. Nicht ohne, fünf Stunden vorbereitet. Ja. Also das geht nicht, weil Daro meint, dass man da ja schummeln könnte oder so. Weil es im Rangliste Punkte gibt. Obwohl es keine einzige Rangliste gibt. Doch, es geht in die Wertung ein. Ja, aber wo steht die Wertung? Komm schon. Oh, boah, boah. Komm ich kippe. Ah. Ah. Oh, no. I choose you, Pikachu. Scheiße, ich wollte... Ah, ja. Cheek hat ja 500 Meter Range. Ja, ja, ja. Ist ja Falco. Easy Jumper, ey. Wirkt nicht aus dem Map. Und? Ah. Das sind Dekunade... Du bist auch so Neat ik, eh. Oh. Oh, no... Ah. Oh, das ist... Oh, was ist denn Battle?! Niiiih! Nein! Wer ist der? Achso, das ist Samus. Samus ist das. Kennt man eigentlich aus den Smash-Tallen. Ja, aber da hast du ein Pokémon gehabt. Komm jetzt, 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 jetzt. Jetzt hast du mich aber gern. Nein! Die Samus! Die Braidsucker haben die nicht gekriegt. Den Guffel, ey. Den Guffel? Der ist doch nicht so zu hören. Nein, das ist ein Guffel. Du bist so zu hören. Jetzt! Oh, der Upsmash. Da ist nochmal ein Mini-Base. Oh, der Backbreaker. Da kommt da gar nichts hinten. Da wird da gar nichts gemacht. Ah, dann schau ich da am Gump. Und dann, wuppu! Du darfst Guffel! Das ist kein Guffel, das war der Mr. Freeze, ey. Hopp! Was ist das? Warum ist das Alltag da? Ah, oh, ah! Oh, da gibt's die Torte! Hopp! Oh, das Trampolin! Geil! Ey, Pikachu! Das ist kein Pikachu. Das ist die neue Version. Ja, das ist ein Fake. Oh, Pokéball! Oh, Pokéball! Scheiß Trampolin! Was ist da los? Oh, ja, weil die Kacke beschenkt. Was ist das? Segeri! Oh, nein! Was ist das? Oh! 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 Ja, du Cockblocker! Ja, komm! Ja, Lugia! Das macht Lugia! Oh, je! Du, ich, Suck, my Balls! Oh! Ist eh cool, ich kann eh darüber hin! Ah! 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 Das ist eh... Oh, ja! Oh, ja! Der ist jetzt heiß, ey! Ah! Nein, jetzt ist... Ah! Nein! Oh, nein! Ah! Ah! Spinner-Rudy! Er kommt zu mir! Ja, soll er weg oder noch? Oh, ja! Ah! 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 Yes! Oh, oh, oh! Schiek, schiek, schiek! Hier, es fast kriegt keiner! Oh, ja! In the same! Oh, nein! It's a bit cold, Mr. Freeze! Ah! Das ist so hart! Gay, das Item, ey! Best Item EU! Ah! Da hab ich ihn weggebrannt! Ah! Das ist so... Das ist ein Scheißer, Alter! Der Puster ist echt great! Das ist so richtig! Wau mal random! Was, random? Random character! Ne, ne! Uh! So will das aus! Ich mach mal Charakter. Ich mach mal Charakter. Ich mach die Mama Stage. Mama Stage is real. Ach komm, seriously, den Fucker. Ich hätte nicht Schreine machen dürfen. Ich kann's dann bekommen haben, man. Luigi, den Sucker. Ich würde gern Luigi können. Obwohl, er ist eh nicht so schlecht. Aber ich kann ihn nicht mit ihm. Wen hast du? Ein King DDD, glaube ich. Nee, nee, nee. Nee, den kaum. Den Wangen. Und zack. Und da kommt die Tomato. Und grab. Und zack. Und zack. Und zack. Und zack. Oh, oh. Der Kitzel hier, das ist mein Hobie. Oh, das bin ich. Ja, schau mal, was die da hat. Oh. Oh, die Erzellen. Oh. 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 Leg is real. Leg is real. Oh. Die Peitsche braucht auch 20 Stunden, bis sie da rauskommt. Oh. Ja, wie sagst du das? Oh. Oh. Pumped up Kekse. Oh. 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 Nein! Ich bin wieder da! Ich will ein Ultimate Pokémon sein! Ein Ultimate Pokémon! Nein! Nein! Ding, 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 ding! Was? See you later, Alligator! Ja, siehst du! So schnell ich ein Ding durchziehe! Ich bin ein Pokémon mit Waffeln! Pokémon! Pokémon! Oh, Mann! Schikimon! Tot, Tot! Pokémon! Wie, YouTube! Lame it out, du Scumbag! Schau mal! Ich bin eine Schildkröte! Ja, du Schildkröte! Jetzt habe ich sie getreten! Ah! Ah, Pokémon! Nein! Ey, das ist mein Homie! Yes! Was, du hast ihn gecatcht? Ah, der nehmt! Ohoho, grad aufgenommen! Ohoho! Au! Mal sehen, dass mein Strahl der Todesstrahl ist! Ohoho! 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 Da droppt hat die Bombe! Ohoho! Ohoho! Ach, komm jetzt! Ich finde das echt lustig! Ohoho! Ohoho! Ohohoho! 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 Jetzt komm her! Ja, mein Homie da! Ohoho, die war ich! Ohohoho! Das war's! Die ist so sexy! Ach ne, das ist die nur! Gott sei Dank! Was macht die? Du musst da drin stehen bleiben, dann bist du geheilt! Ja ja, ein Blödsinn Schechen... Das dauert doch mal ungefähr denn bei dir. Komm mal her da! Komm mal her zu hier! Oh nazione! Du bist unssembler! Hey! Das ist ein Buck! Ja, gut, finde ich irgendwie! Oh nooo! Ohohohoho! Ohoho! Leg is real! So und jetzt gibt es eine Idee! Na ja. Cose dann überflonstag! Das war eine Bombo, Bombo-Combo-Street-Fighter 50 confirmed. Das lag wieder. Wie ein Street Fighter, oder? Wie ein Street Fighter. Du musst das machen, Gepuze. Achso, okay, das war die Folge von Smash. Ich hoffe, es ist euch gefallen. Und wir lieben euch. Tschüss.